Hey, hey, halli, hollo Leute und willkommen zurück zu New Life! Genau, ich bin wieder hier mit dem Oni, endlich Oni und ich seh'n wieder mal ein und wisst ihr was? Guck mal, jetzt schauen wir uns mal die Oni an, ich hab nämlich eine Überraschung, da ist der Oni, Achtung und... Partner Look! Das ist so cool! Wui, Partner Look! Ich seh' besser aus! Glaub ich nicht, mein Gesicht, das macht's einfach, vor allem mein Lachen, das ist viel fröhlicher als dein Bart. Dafür bin ich der ernste Gute. Guck mal, deine Knie sind schwarz, meine Knie sind normal. Nein, meine Knie sind schwarz, warum? Deine Arme sind auch schwarz, haha, ich bin besser, ich hab's besser als du. Nee, ich bin einfach schwarz, ich bin einfach ein dunkler Mensch. Stimmt, das Einzige, was du wäschst, ist dein Kopf, den Rest lässt du dreckig, seitdem du geboren wurdest, ne? Richtig. So, ähm, pass auf, und zwar hast du rausgefunden, wie wir das jetzt machen, weil ich würde jetzt mit dir gerne die Technik weitermachen, weil ich hab davon keine, gar keine Ahnung. Gut, da hab ich mir gar keine Gedanken übergemacht damit, das finde ich raus. Aber, ich hab schon gesehen, dass da voll viel drin ist. Ja, ich weiß, weil ich möchte gerne, ich möchte gerne einen Trichter machen. Ja. Oder mehrere Trichter machen, wo zum Beispiel, äh, die, die Schuhe durchgehen und verbrennen einfach, also die einfach nicht in die Kiste gelangen. Dass die einfach verbrennen gleich und die angeln. Und die angeln. Genau. Das, weißt du, dann mach ich mit dem Trichter und dann mit dem Spender das denn rausgedroppt werden in die Lava oder so. Und die Satteln, die willst du behalten. Hä? Die Satteln willst du behalten. Obwohl, ja, die können auch weg. Da hast du recht, die können auch weg. Die Sattel. Sind dir nicht gerade wenige? Ja, ja, weil, es wären dann halt drei Trichter. Das wäre ein Trichter für die Schuhe, ein Trichter für die Angeln und ein Trichter für die, ähm, Sattel. Die Sache ist halt, wir müssen, ich weiß nicht, wie man die anrichtet. Ich hab das einmal hier oben versucht, aber wenn du dann irgendwann nicht mehr da bist, dann laufen auch die anderen Sachen durch. Vor allem, wenn denn keine Kohle mehr drin ist im Ofen und so. Das ist halt irgendwie komisch. Aber es geht zum Beispiel, wenn du eine bestimmte Anordnung der Items hast, dass das irgendwie funktioniert. Ich hab keine Ahnung, wie das geht, also. Hm, das ist eine gute Frage. Was finden wir raus? Ich hab jetzt gerade noch mal Kohle da oben rein, 16 Stück. Ja, ich mach grad Eisen fertig, weil wir brauchen ja noch Eisen für die Hopper, also für die Trichter. Trichter? Warte, hast du noch Eisen, hast du noch Trichter oder sowas? Äh, ich glaube nicht, nein. Warte, ich kann nochmal schnell in mein Inventar gucken. Hm, nein. Hab ich leider nicht. Hast du leider nicht. Okay. Leider nicht. Leider nicht, du. Hast du leider nicht. Guck mal, ey, guck mal die Kisten hier durch. Das ist alles nur aus dem Loot. Mit dem 10 und in der 9 da, da war noch ein Kuchtel. Schau mal hier unten. Das Kuchtel fand ich recht cool. Protection, Longcast und Knockback. Fand ich cool. Guck mal in die mittlere Kiste. Hier. Die mittlere Kiste, ja. Warte. What the fuck. Okay. Ich würd sagen, ist genug, oder? Ja. Schau ich mal, ob du einen da hast mit Dings. Boah, du hast echt eine mit Infinity. Du Glückspilz. Ja, nimm's dir. Ach so, hier haben's viele mit Infinity. Da ist alles möglich drin. Das ist echt ne heftige Geschichte. Also, das ist echt viel. Nice. Ich suche jetzt grad nochmal das ganze Eisen raus. Okay, hier haben wir kein Eisen mehr. Ne, sieht nicht so aus. Okay, hallo Dieter. Dieter? Ja, ich hab oben ne Echse. Also so ein Komodewaran oder so. Der heißt Dieter, den kannst du reiten sogar. Der hat nen Sattel. Ich nenne meine Echsen auch immer Dieter. Ne, den hab ich bekommen vom Flowplayer. Der hat die einfach hier reingesetzt. Denken Sie, wenn ich mich den Tag verjagt habe, als ich online kam und auf einmal steht da dieses Ding vor mir. Ich wollte schon Schwerzhücken drauf schlagen. Dann sag ich immer, das ist Dieter und das tut mir nix. Da hab ich gesagt, okay. Oh, wir brauchen echt mehr Eisen. Wir haben zu wenig Eisen. Ja, dann kann ich ja gleich mal Farmen gehen. So, zack. Bei mir leckt das immer noch so. Ja, bei mir aber auch mittlerweile ein bisschen. Aber es liegt ja daran, dass hier so viele bauen und so viel gemacht wurde und so weiter und so fort. Oh, Dieter. Kannst du sogar, wie gesagt, kannst du sogar... Oh mein Gott. Zaubertisch. Cool, wir haben einen Zaubertisch. Oh, Dieter gefällt mir, hab ich das schon mal gesagt. Das ist ein schöner Komodo war da. Kannst du ja mal den Flowplayer fragen, ob der dir auch einen Dieter macht. Dieter. Dieter. Das ist ein schöner Komodo. Oh, guck mal, Teamster ist da hinten drin. Ich weiß gar nicht, ob Teamster auch noch was macht überhaupt. Ich weiß nicht, ich habe jetzt schon länger nicht mehr auf den Server geguckt. Wenn ich ehrlich bin. Vor allem, weißt du was, Flowplayer hat sogar noch eine Schlange, die er gezähmt hat. Okay. Ich guck mal grad, ob der was Neues hat, aber ich glaube bestimmt nicht. Ich glaube, ich höre grad die Schlange. Ja. Items sortieren. Oh. Manchmal schreibt meine Tastatur nicht mehr. Aber jetzt schreibt es wieder. Achtung, ich komme mal. Ich will dir das zeigen. Ja. Corbett raus. Mach ich. Äh. Warte, ich muss gucken, wo da ist. So. Wow. Hattest du ihm den Kopf? Ja. Cool, oder? Was? Was ist mit der los? Oh, die ist ja okay. Ich kriege die mal wieder zurück. Das ist halt nicht meine. Ist halt von Flowplayer. Oh, die gefällt mir. Wo hat man die gefunden? Ich weiß auch nicht, wie man die zählen. Das war jetzt Flowplayer. Der hat sich auch gut beschäftigt mit dem Modpack. Der hat sich damit auch gut beschäftigt. Ja. Also Summon Let's Play macht auch nichts mehr, ne? Rose für uns Summon. Also die sind ja von, die waren am Anfang da ein paar Tage und dann nichts mehr. Okay, wenn man's möchte. Naja. Also, ihr wundert euch wahrscheinlich, Leute, wie ich hierher gekommen bin. Ähm. Und zwar habe ich mich hierher geteilt, weil eigentlich bin ich ja mit Metos und so woanders, aber so Metos nimmt uns uns, äh, und Duffy nehmen wir auch nicht jeden Tag auf. Das heißt, ich bin hier, hab mich einfach hergeportet und, äh, ja. So, wenn Metos und Duffy wieder da sind, porte ich mich dann zu denen und geht's da gewohnt weiter. Ähm. Ja, nicht, dass ihr euch wundert, wie ich jetzt hier bin. Ich habe das total vergessen, zu anzusprechen. So. Guck mal an. Ich habe jetzt elf Eisen. So, ich mache jetzt nochmal ein paar Truhen. Zwar zwei Stück kann ich nur machen. So, ich habe jetzt zwei Trichter. Haben wir nicht noch irgendwo einen Trichter vielleicht irgendwo stecken, in irgendeiner Kiste? Hm, ich weiß nicht. Also, ich glaube, wir haben das letzte Mal alle benutzt. Also, wir. Ich würde nämlich jetzt sagen, dass ich mal, äh, unten in die Mine gehe und noch ein bisschen Eisen sammle. Ich glaube, das wird sich anbieten. Dann gucke ich gerade mal, dass ich hier schnell noch ein bisschen zackle mache. Dann würde ich nicht wieder ohne kommen. So. So. Gut. Dann bin ich mal kurz. Warte mal, wo gehe ich denn hin? Ich glaube nicht da unten lang, habe ich gerade beschlossen. Aha. Ja, ich mache mal, ich mache das jetzt mal so. Ich baue schon mal oben alles aus. Jo. Ja. Okay. Ich brauche einen Block. Da haben wir einen Block. Einen Block setzen wir wahrscheinlich am besten. Wow. Unter uns ist direkt eine Mine, habe ich schon mal gesagt. Ja, das kann wahrscheinlich sein, dass es die Mine ist, wo wir da gemacht haben und so. Ja, hier ist ganz viel schwarzes Zeug. Ja, dann ist es die Mine. Ja, dann ist das die Mine, ne? Lignite, Lignite. Lignite. Ah ja, das ist diese Mine. Ich habe gedacht, der... Wow, was ist das? Wer ist auch erbaut? Was ist das denn? Das sieht aus wie Stalaglid. Habe ich den hängen gelassen. Machen, du meinst. So. Hm, komisch. So, da geht's runter. Natürlich haben wir jetzt in den beiden Trichern, die ich jetzt gesetzt habe, schon andere Sachen drin. Ich weiß jetzt nicht. Am besten müssen wir mal gucken. Wenn nicht, müssen wir es mit Redstone-mäßig irgendwie regeln. Weil ich weiß nicht, wie wir auf dem kleinen Raum noch mit Redstone-Technik arbeiten sollen. Dass das funktioniert. Ja. Dass das wirklich so funktioniert, dass die Trichern auch nur das rausnehmen, was sie sollen. Und wenn das mal nicht durchläuft, dass nicht die anderen Teile einfach verschwinden und so weiter und so fort. Dass es immer irgendwie so bleibt. Das wäre echt perfekt. Ja, ich versuche mich gerade rauszubekommen. Hä? Das versuche ich gerade rauszubekommen. Ich schaue nämlich gerade nebenbei noch ein Video, während das nicht mich drunter baut. Ach so einer bist du, ja? Um multitasking. So einer bist du. Ich werde jetzt auch noch ein bisschen nach Eisen suchen. Ich habe noch genug Spitzhaken. Ich habe, okay, perfekt. Ich komme auch mal runter. Ich meine im Endeffekt zwei Trichter reichen erstmal. So viele Sattel sind das nicht. Am schlimmsten sind die Schuhe und die Spitzhaken. Äh, die Schuhe und die Angeln. Ja. Wo bist du denn? Ich sehe deinen Namen nicht mehr. Oh, das ist Eisen. Geil. Ach, da bist du. Warte, jetzt brauche ich jetzt mal das Eisen. Super. Ah, da ist Weiße. Sehr schön. Dann haben wir Eisen. Äh, wohin brauche ich mich jetzt? Gute Frage. Ich will mich nämlich nicht verlaufen. Von hier kommen wir. Von hier kommen wir. Hä, von wo kommen wir jetzt? Bin ich schon verrückt. Ach, von da. Okay. Hier geht es glaube ich noch weiter runter. Ich schaue auch grad ein bisschen rum. Aber wir waren hier halt schon sehr viel drinnen, ne? Also gut, vielleicht haben wir ein bisschen was übersehen. Kann passieren. Ja, ich baue mich schon mal weiter runter. So einer bist du, ja? Ja. Genau so einer. Genau so einer. So. Mal beleuchten. Ich habe immer Angst, dass da unten ein Monster kommen. Ja, ja klar. Das ist natürlich, ne? So, ich komme mal mit runter. So. 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 Patsch, patsch, patsch. Jetzt muss ich weg. Uh, da ist Lava. Oder ne, das ist ne Fackel. Ne, das ist ne Fackel. Du kannst doch schon mal runter gehen, wenn du willst. Dann baue ich uns den Weg schon mal runter. Ah, das ist hier das Mining-System. Da haben wir ja schon mal was voll gut gemacht hier. Das, was wir gemacht haben, das ist das. Achso. Ja. Ja. Würde ich sagen, Bama ist halt trotzdem ja noch weiter runter. Du bist irre. Du bist einfach noch irre. Höre. Was sind wir denn für ner Höhe? Wir sind auf 10. Gut, weit kommen wir da nicht mehr runter. Höre bist du. So. Ein bisschen sage ich geh noch so. Gut. Wie machst du denn das, dass du dann trotzdem leuchtest, wenn du so machst? Hä? Wie machst du das, dass das trotzdem geht? Ich habe sie einfach in der Hand. Aber du hast zwischenzeitlich deine Spitzhack in der Hand. Ja. Hohle! Oh, oh, jetzt wird das Video interessant. Jetzt muss ich mal schnell zuhören. Bang, bang. Sieht so lustig aus. Also, ich habe jetzt die Technik. Ich muss jetzt hoch. Ich habe die Technik, Mann. Hast du alles gefunden? Ich habe die Technik. Nee, aber du musst halt noch ein bisschen was sammeln. Ich habe Eisen gefunden vorhin. Ich habe acht Eisen. Das ist gut. Können wir gut gebrauchen alles. Das passt sogar für neun Trichter. Wir brauchen ja nur drei Trichter. Passt perfekt. Komm mal, ich gebe dir dann schon mal das Eisen hier. Warte mal. Sonst. Die bitch ich dir jetzt einfach noch hin. Nimm! Nimm die Almosen! Nimm sie! So. Und jetzt so. Gut. Ja, du bist ja blöd, ey. Boah, nein! Das gibt Drache. Das ist dir bewusst. Du dreckige. Nein! Das ist ja auch weg. Ich habe fast keine Hacke mehr. Du das nicht. Du bist ja richtig. Oh. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Okay, ich habe keine Steine mehr. Nein! Oh! 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 Ja. Das ist deine Aufgabe. Lass dich. Schnell weg. Schnell weg. Schnell weg. Oh, Mann. Bleibt das auch noch an mir? Hängt überhaupt was drin? Bitte sag, dass da nichts drin ist. Oh, da ist nichts drin. So. Schade. Das wäre jetzt gut gewesen, wenn du was tun würdest. Ja, mein Inventar ist jetzt aber voll. Nächstes Jahr. Na. Mann, Karne. Alles wegen dir. Ach komm, sei ruhig. Kannst du mir sagen, warum du das machst? Hm? Um dich zu ärgern. Sag mir, warum du das machst. Um dich zu ärgern? Hab ich doch gerade gesagt. Nein, sag mir, warum du das machst. Sei ehrlich. Um dich. Halt dein Maul. Hahaha. Sei einfach ruhig. Was ich mir wegen dir erstmal wieder so eine hässliche Bahn da machen. Gut, so. Jetzt fertig schon mal wieder. Immerhin kann sie jetzt was. Okay. Also, warte mal. Wie oft kann man das decken? Gar nicht. Ja, gut. Das ist jetzt schon mal zur Auswertung von... Also, ich kann uns jetzt schon mal Fische rausfiltern. Hier über den Tisch. Ja, geht das auch, wenn das leer ist später, dass dann... Wenn jetzt keine Fische mehr reinkommen... Oh, die anderen Teile werden nicht übernommen. Nee. Die werden ja auch nicht verbrannt, ne? Stimmt. Ich habe ja auch letztes Mal Steinen reingepackt. Kein Wunder. Ich glaube, das dauert länger, bis ich das gemacht habe. Aber pass auf, hier oben der Trichter ist jetzt leer. Kommt hier auch wieder ein Fisch rein? Wo? Der Trichter hier oben, wo die Fische reinkommen, ist leer. Wo da ist kein Fisch drin. Ja, da müsste trotzdem schon mal ne reinkommen. Oh, der Kalle. Oh! Oh man, ich kann dich nicht heilarten. Ich wollte dich grad heilarten. Oh man, das ist schade. Oh, das ist ja geil. So, ich muss jetzt erstmal hier ein bisschen was abchecken. So, wie machen wir das mit den anderen Trichtern? Da soll jetzt, in dem einen soll jetzt... Oh, warte mal. Erstmal muss ich sowieso die Lore stoppen. Und mir ist grad ne ganz blöde Idee gekommen, dass wir das erstmal schnell tun. So. 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 der Sattel und mal dem anderen Trichter nur die ähm angeln. Ja, das müsste schon gehen. Das ist halt ne Ding, das müssen wir eher mal machen. Wenn wir streamen oder so, weil das dauert länger. Hab ich festgestellt. Ok, Samstag streamig, wenn du willst. Ja. Dann machen wir das dann. Dann stream ich nämlich nur live. Ja, für die Leute, jetzt wisst ihr bestimmt, Samstag streamig nur live. Immer jeden Samstag ab 21 Uhr. Ja Ja Kalle hast du Gold Oben in der Kiste sind zwei Stück Weiß ich doch, drei aber zwei Stück Mit meinem kleinen Schränkchen oben War ich schon mal gut War ich schon mal gut So Wir sind jetzt langsam bei 20 Minuten Das heißt ich würde sagen Die Folge ist vorhin vorbei Wir haben ein bisschen was geschafft, wir haben drei neue Trichter Wir machen das hier alles fertig Und wenn das fertig ist, was machen wir dann, lieber Oni? Das automatische Lagersystem Richtig Richtig Da wisst ihr Bescheid Leute, wir haben uns richtig was vorgenommen Überlegt euch mal ein automatisches Lagersystem Man hat einfach eine Kiste, poppt man alles rein Das wird automatisch sortiert Junge, 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 das wird hart Das wird heftig Auf jeden Fall Aber nichtsdestotrotz, es wird spaßig, es wird schwierig Weil hier gibt's da so wenig Eisen irgendwie Komischerweise, finde ich zumindest Ja Aber das macht's nochmal alles interessant Ich meine, 100 Folgen müssen auch gebracht werden Und wenn ich mehr als 100 Folgen schaffe mit einem Live Wäre das natürlich optimal Aber auf jeden Fall Leute, das war's heute mit einer Folge Es tut mir natürlich leid, dass gestern keine Folge kam Ähm, nimm's mir immer noch nicht böse Ich schaffe immer noch nicht Ich hab einfach gestern keine Zeit gehabt Aber auf jeden Fall Heute gibt's wieder dafür eine richtig schöne Folge Und ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat Könnt ihr euch einen Daumen nach oben geben Ich bin jetzt weg Ich wünsche euch was Bis die Tage Tschüss, auf von meiner Seite